Musik Mein Name ist Michael Ottl, wir haben eine Naturbäckerei im Steigerwald. Der Name Naturbäckerei sagt aus, dass wir ausschließlich mit Naturrohstoffen arbeiten. Wir haben deswegen auch Bauern, die für uns ein Getreide wieder anbauen, wie es früher üblich war. Mit einem reinen Urgetreide arbeiten wir und deswegen war es für uns auch selbstverständlich, sich über den Thema Wasser Gedanken zu machen. Auch hier wollten wir wieder ganz zurück mit zu einem Wasser kommen, wie es früher üblich war. Ein Wasser, wo es früher noch nicht verschmutzt war durch den sauren Regen. Ein Wasser, das noch nicht früher den Weg durch die Klärgrube gehen musste. Wir haben uns hier Gedanken gemacht und sind bei HP Preiss gelandet. Eine Wasseraufbereitungsanlage, die den Urzustand des Quellwassers wiederherstellt. Wir haben eine höhere Teigausbeute, was natürlich toll ist für den Bäcker, weil es das natürlichste Frischhaltemittel ist, das es gibt. Wir haben eine unglaublich positive Resonanz von unseren Kunden, dass unsere Brote plötzlich viel länger frisch halten. Ein zweiter positiver Nebeneffekt, den wir gespürt haben, ist, dass unsere Öfen plötzlich viel weniger Kalk absetzen. Darüber freuen wir uns auch sehr, weil wir so wenig Erwartungsarbeiten ausführen müssen. Wir haben jetzt die Wasseraufbereitungsanlage ca. ein Jahr vor uns in Betrieb. Und mein Resonanz vom vergangenen Jahr ist, dass ich mit einem ganz ruhigen Gewissen diese Anlage weiter empfehlen kann an jeden Bäcker und sicherlich nicht nur an jeden Bäcker. Und auch dieses positive Feedback von den Kunden, die ich hier gerne aufgenommen habe, um meine Interzision bestätigt zu wissen. Ich bin zufrieden mit der Geschichte und gebe sehr gerne weiter.